Ja, bevor wir uns die Mehrschrittverfahren in Aktion anschauen und dabei hoffentlich ein bisschen besser verstehen, wie man mit denen arbeiten kann und wo ihre Vorteile liegen, möchte ich mir noch ein paar Beispiele verschaffen. Und das heißt, ich möchte nochmal die Konsistenz nachrechnen von zwei Beispielen und ja, obwohl ich Ihnen vorhin gesagt habe, man kann wunderbar für die Mehrschrittverfahren, die man durch Integration gewonnen hat, auch ohne Tälerentwicklung die Konsistenzordnung nachrechnen oder angeben. Wollen wir das jetzt für zwei andere Verfahren tatsächlich tun und zwar wieder mit Tälerentwicklung. Wir werden nochmal sehen, dass für Mehrschrittverfahren diese Tälerentwicklung viel einfacher ist als für Einschrittverfahren, weil man nämlich hier keine mehrdimensionalen Tälerformeln braucht und das macht das Ganze erheblich einfacher. Okay, also wir schauen uns das an und zunächst mal, wir wollen nachrechnen die Konsistenz für einige Mehrschrittverfahren. Das heißt, ich brauche erstmal die Definition, die Definition des Konsistenzfehlers oder lokalen Diskretisierungsfehlers ist Tau h von t und y von t ist 1 durch h mal die Summe j gleich 0 bis m, Alpha j von t und y von t plus j mal h. Minus Summe j gleich 0 bis m, Beta j, f von t plus j mal h und y von t plus j mal h. Und die Sache, was das Ganze sehr viel einfacher macht, ist, hier hinten steht dies f von t plus j mal h und y von t plus j mal h. Das f ist Lösung der Differenzialgleichung, das heißt also y' von, y ist Lösung der Differenzialgleichung, Differenzialgleichung, das heißt also y' ist gleich f oder mit anderen Worten y' von t plus j mal h und dafür das eben ein gutes Thema zu, ist gleich f von t plus j mal h und y von t plus j mal h. Das heißt also, dieser Termin hier hinten, der eigentlich zweidimensional ist und der uns bei den Einschrittverfahren immer Probleme gemacht hat, weil wir da zweidimensional tailern mussten, der ist sehr viel einfacher hier, das geht hier nämlich alles eindimensional, das ist einfach nichts anderes als y' von t plus j mal h, was hier hinten steht. Okay, gut, und was sind die Alpha j und Beta j? Das sind die Alpha j und Beta j aus der Definition des Mehrschrittverfahrens und wir lassen zu, dass das hier vorne bis m geht, wir werden hier aber jetzt nur explizite Verfahren betrachten, das heißt also, die haben Beta m gleich 0 und Alpha m ungleich 0, das heißt, die kann man direkt hier vorne nach dem y von t plus m mal h auflösen, deshalb sind es halt explizite Verfahren. Okay, gut, also schauen wir auf ein konkretes Verfahren und zwar yk plus 2, mit einem Parameter Alpha, yk plus 2, minus 1 plus Alpha yk plus 1, plus Alpha yk, gleich h mal 3 minus Alpha halbe fk plus 1, minus 1 plus Alpha halbe mal fk und tatsächlich, das ist so eine alte Übungsaufgabe, Klausuraufgabe, irgendwas. Okay, die Aufgabe damals war, bestimmen Sie die Konsistenzordnung dieses Verfahrens abhängig von Alpha, beziehungsweise versuchen Sie Alpha so zu wählen, dass die Konsistenzordnung des Verfahrens möglichst groß ist. Okay, wir müssen für dieses Verfahren den Konsistenzfehler angeben, wie macht man das? Einmal habe ich die Formel da oben stehen, die könnten wir jetzt einfach einsetzen, Wir könnten aber auch sagen, was ist der Konsistenzfehler? Der Konsistenzfehler, das ist das, was man bekommt, wenn man in diese Gleichung, die man hier stehen hat, die echte Lösung einsetzt. Naja, das yk plus 2 ist so eine Näherung für y von tk plus 2, also für tk plus 2h, denn wir betrachten beim Mehrschrittverfahren nur equidistante Gitter. und das heißt, hier steht ein y von, und das setze ich jetzt einfach ein für dieses yk plus 2, ersetze nochmal tk durch t, und dann wird dieses yk plus 2 hier vorne zum y von t plus 2h. Hier vorne yk plus 1 ist eine Näherung an die Lösung an der Stelle tk plus h, also wird das jetzt zum y von tk plus h, wenn ich die echte Lösung einsetze, und entsprechend steht hier vorne ein y von t und genauso auf der rechten Seite. Und da setze ich natürlich gleich jetzt hier vorne meine Formel ein, nämlich hier steht eigentlich jetzt so ein f von t plus h, y von t plus h, und das vereinfache ich direkt mal zu y' von t plus h, und hier auch ein y' von t, sodass wir jetzt hier tatsächlich nur eine eindimensionale Formel stehen haben, und das heißt, Taylor müsste es einfach. Okay, gut, also Sie können sich genauso gut natürlich vorstellen, ich hätte einfach nur dieses Alpha-j und Beta-j, die ich hier habe, tatsächlich in diese Formel da oben eingesetzt, kommt natürlich auch genau das raus, was hier steht. Okay, gut, also machen wir wieder Taylor. y von t plus 2h ist in dem Fall natürlich relativ einfach, das 1 durch h steht schon vorne, y von t plus 2h' von t plus 4h² halbe y2' von t plus 8h hoch 3 Sechstel y3' von t plus ein Groß-O von h hoch 4, das ist der erste Term hier vorne. Und ich werde häufig gefragt, naja, woher weiß ich denn jetzt, bis zu welcher Ordnung ich hier vorne tatsächlich tailern muss. naja, also in Klausuraufgaben etwa steht, sind die Aufgaben immer formuliert in der Form, zeigen Sie, dass das mindestens die Ordnung hat, und in diesem Fall würde die Aufgabe also lauten, zeigen Sie, dass es mindestens die Ordnung 3 hat, und dazu brauchen wir hier hinten Groß-O von h hoch 3, aber wir haben ja hier vorne noch ein 1 durch h, das heißt also, wenn ich das 1 durch h kombiniere mit dem Groß-O von h hoch 4 hier vorne, dann habe ich jetzt genau ein Groß-O von h hoch 3, das heißt, das ist genau das, was ich in dem Fall brauchen würde. Okay, Minus 1 plus Alpha mal y von t plus h, entwickeln wir genauso, y von t plus h mal y' von t plus k²½ y2' von t plus h hoch 3 sechstel y3' von t plus ein Groß-O von h hoch 4, und hier steht ein y von t, da brauchen wir gar nichts zu entwickeln, da kommt nicht mal ein h drin vor. Okay, dann der zweite Teil hinten, 3 minus Alpha halbe mal y' von t plus h, entwickeln wir auch um t, gibt ein y' von t plus h mal y2' von t plus h²½ y3' von t plus ein Groß-O von h hoch 3, warum höre ich jetzt hier schon auf? Naja, hier vorne steht jetzt kein 1 durch h, das heißt, das Groß-O von h hoch 3 ist genau das, was wir brauchen, wir gehen hier genau bis zum Groß-O von h hoch 3, das ist genau das, was wir brauchen, also kann ich hier aufhören. Dann haben wir hier noch ein Minus 1 plus Alpha halbe y' von t, und naja, also da ist kein h drin, da brauchen wir nichts zu entwickeln. So, was machen wir immer? Wir nehmen erstmal, wir nehmen alles, wir sammeln einfach alles, was wir hier vorne stehen haben, und nach Potenzen von h oder nach y' von t, wie auch immer. Zunächst mal, in diesem Term hier vorne, den ersten Term habe ich weggelassen, weil er so einfach ist, hier vorne steht ein 1 durch h, und dann steht hier vorne ein y von t minus 1 plus Alpha mal y von t plus Alpha mal y von t. Diese vier Terme hier vorne zusammen ergeben gerade 0, das heißt also, die kann ich direkt alle weggelassen. Okay, der nächste Term ist ein y' von t, und da haben wir hier vorne ein 1 durch h, da haben wir ein h, naja, und Sie sehen schon, diese ganzen y' von t, die haben auch alle mindestens ein h. Okay, dann kürzen wir das hier vorne gleich raus, das 1 durch h gegen das h, und dann bleibt nun y' von t hier vorne stehen. Macht einmal ein 2y' von t, dann haben wir hier minus 1 plus Alpha y' von t, und dann haben wir wie so ein Alpha. Das Alpha ist, glaube ich, Blödsinn, was da unten steht. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe mal, dass das Blödsinn ist. Na, mal gucken, wie machen wir das am einfachsten weg. So, 2 minus 1 durch Alpha. Dann haben wir hier vorne ein minus 3 minus Alpha halbe y' und noch ein minus 1 plus Alpha halbe mal y'. So, und jetzt müssen wir genau nachgucken, ob das auch stimmt, weil vorher hatte ich mich offensichtlich verrechnet. Also, 2 minus 1 minus 3 halbe gibt minus 1 halb plus 1 halb gibt gerade 0. Dann steht hier noch ein minus Alpha plus Alpha halbe plus Alpha halbe gibt minus Alpha plus Alpha, gibt auch 0. Das heißt, das ist tatsächlich jetzt 0, was hier vorne steht. Also, das hier vorne, dieser Term ist 0. Das heißt, der gesamte Koeffizient von dem y' von t hier vorne, der ist 0. Okay, dann nehmen wir uns den nächsten Term vor. Der nächste Term ist hier vorne y' von t. Der tritt immer zusammen auf mit dem h² geteilt durch dieses h. Da haben wir hier vorne so ein h mal y' von t. Das können wir auf jeden Fall schon mal nach vorne rausziehen. Wie viel haben wir davon? Hier vorne 4 geteilt durch 2, also einmal 2. Dann haben wir hier minus 1 plus Alpha mal y' von t. Das ist jetzt doch ein bisschen peinlich. Das ist nämlich ein minus 1 plus Alpha halbe. Äh, da haben wir ja stehen. Entschuldigung, 1 plus Alpha halbe. Alles gut. 2 minus 1 plus Alpha halbe. Und dann haben wir, wo haben wir noch ein h mal y2' Hier vorne haben wir noch eins. Das gibt minus 3 minus Alpha halbe. Das heißt also, das nächste Koeffizient von h mal y2' ist 2 minus 1 plus Alpha halbe. Minus 1 plus Alpha halbe. Minus 3 minus Alpha halbe. Okay, wir zählen wieder nach, was das ist. Gibt 2 minus 1 halbe. Minus 3 halbe. Gibt 0. Minus Alpha halbe. Plus Alpha halbe. Gibt auch 0. Das heißt, auch der Koeffizient von y2' ist 0. Und alles unabhängig von Alpha. Okay, dann der nächste Term ist ein y3' hier oben in der Entwicklung. Der taucht immer auf zusammen mit dem h hoch 3 geteilt durch h. Also zusammen mit dem h². Ich hole wieder ein y3' mal h² raus. Wie viel haben wir davon? Hier vorne einmal 8 Sechstel. Also 4 Drittel. Dann haben wir hier vorne ein minus 1 plus Alpha Sechstel. Und dann haben wir noch ein minus 3 minus Alpha halbe. Mal diesem 1 halbe mit minus 3 minus Alpha Viertel. Habe ich alles hier vorne stehen. Und diesmal ist das leider nicht 0. Und jetzt sagen wir nach, wie viel Zwölftel das sind. Das sind also 16 Zwölftel. Minus 2 Zwölftel. Gibt 14 Zwölftel. Minus 9 Zwölftel. Gibt 5 Zwölftel. Jawohl, die haben wir hier vorne auch stehen. Und 4,5 Zwölftel haben wir hier vorne. Das gibt minus 2 Alpha Zwölftel plus 3 Alpha Zwölftel. Gibt Alpha Zwölftel. Das heißt also tatsächlich, dieser Wert hier vorne ist 5 Zwölftel plus Alpha Zwölftel. Okay. Das heißt, wann geht auch dieser Term raus? Wann ist auch der 0? Wenn wir Alpha gleich minus 5 wählen, dann haben wir tatsächlich hier vorne auch eine 0 stehen. Dann steht hier vorne also nur noch ein Groß-O von H hoch 3. Andernfalls, wenn wir Alpha nicht gleich minus 5 wählen, dann haben wir immer dieses H² hier vorne noch stehen. Und das heißt, wir haben eine Ordnung 2. Das heißt, die korrekte Antwort auf die Frage, welche Konvergenzordnung erhalten Sie, wäre wir erhalten die Ordnung 2 für Alpha. Mindestens die Ordnung 2 und sogar die Ordnung 3 für Alpha gleich minus 5. Okay. Dieses Verfahren werden wir gleich insbesondere für Alpha gleich minus 5 untersuchen. und werden dabei eine Überraschung erleben. Erstmal, was erwarten wir natürlich? Na ja, für Alpha gleich minus 5 haben wir besonders hohe Ordnung. Das heißt, wir würden erwarten tatsächlich, das Verfahren konvergiert besonders schnell. Der Konsistenzfehler ist besonders klein. Und ja, müssen wir mal gucken, ob das tatsächlich richtig ist. Ich will Ihnen noch einen kleinen Hinweis darauf geben, dass vielleicht das Konvergenz- und Konsistenzverhalten bei Mehrschrittverfahren nicht so ganz einfach ist, wie es bei Einschrittverfahren war. Und zwar schauen wir uns mal an das folgende Mehrschrittverfahren, was absolut sinnvoll, sinnvoll will ich jetzt nicht sagen, aber was absolut legal und zugelassen ist, nämlich das Mehrschrittverfahren yk plus 2 minus 2yk plus 1 plus yk gleich 0. Da sind also die ganzen Beta-k's auf der rechten Seite, die sind einfach alle 0. Könnte ja sein. Die einzige Voraussetzung, die wir haben, ist, dass der letzte, bei impliziten Verfahren, ist, dass der letzte hier vorne 0 sein sollte. Bestimmt der Fall, sind alle 0. Und hier vorne der Koeffizient von yk plus 2, der sollte nicht 0 sein, ist auch nicht der Fall. Und das ist ein vernünftiges Mehrschrittverfahren, so wie wir es bis jetzt definiert haben. Wir setzen wieder ein in die Formel für den Konsistenzfehler, tau h von t und y von t. Das ist y von t plus 2h minus 2 mal y von t plus h plus y von t, einfach hier vorne eingesetzt, mal 1 durch h. Wir entwickeln wieder mit Taylor und erhalten y von t plus 2hy' von t plus Groß-O von h², habe ich mal hinten hingeschrieben, minus 2 mal y von t minus 2 mal y' von t mal h. Ja, hier vorne einfach das hier entwickelt. Und dann haben wir noch ein minus y von t, ja, und insgesamt ein Groß-O von h² und natürlich das Ganze mal 1 durch h. So, jetzt zählen wir durch. Haben wir hier ein y von t, minus 2 mal y von t, da habe ich jetzt ein Minus geschrieben hier vorne, heute ist nicht mein Tag, natürlich ein plus y von t. Also y von t minus 2 mal y von t plus y von t ist 0. Das ist gut. Und dann haben wir hier stehen in 2hy' von t minus 2hy' von t, das ist auch 0. Das heißt, das Einzige, was überbleibt, ist dieses Groß-O von h² hier vorne. Multipliziert mit 1 durch h ergibt das gerade ein Groß-O von h. Mit anderen Worten, dieses Verfahren, das wir hier hingeschrieben haben und das ein bisschen seltsam aussieht, ist konsistent von der Ordnung 1. Wunderbar. Ja, ist das sonderlich wertvoll, dass das konsistent ist von der Ordnung 1? Das hängt überhaupt nicht von der Differenzialgleichung ab. Hier steht eine Rekursionsgleichung für die yKs, die überhaupt nicht von der Differenzialgleichung abhängen. Das heißt, ich kann die Differenzialgleichung ändern, wie ich will. Da kommt immer hier vorne dieselbe Folge raus. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, ja, wie soll denn das konvertieren gegen die Lösung der Differenzialgleichung, wenn das, was hier steht, überhaupt nicht von der Lösung der Differenzialgleichung abhängt. Und da hat man natürlich jetzt zum ersten Mal vielleicht so ein bisschen die Ahnung, also das kann nicht funktionieren. Und das werden wir gleich sehen, dass es tatsächlich nicht immer funktioniert.